Grüße vom Volker Oden, wahrscheinlich werde ich hier doch noch die Notenidioten mäßig sicher natürlich auch zum Toben oder Pogen bringen, während ich natürlich auch so wohl bin und zwar hier jetzt schon wieder am Freestyle, richtig, denn ich dicht schlicht und einfach nur besser, während ich als Aggressor natürlich auch in diverser Testerzonen, natürlich auch mit Mikrofonen immer wieder da bin, allerdings auch nur um den wahren Wahnsinn zu erfahren, während ich da den Kahn nehmen und angenehm wie ich jetzt gerade eben bin, natürlich auch schon wieder, wo der Sinn wohl sein mag, wahrscheinlich einfach nur bei dem Steinschlag, der euch gerade trifft. Wenn ich weiß, das ist nur einmal Tageslicht, drei Leute haben abgestimmt, dass es schon wieder mehr Videos gibt, okay, dann frage ich mich schon wieder, was hier geht, wahrscheinlich ab dem Liss, was abgedreht ist, okay, dann geht das natürlich auch schon wieder vergeblich, bis ich dann schon wieder bestätigt habe, dass ich sehr schräg bin, wie meine Cap jetzt gerade, allerdings ist das natürlich auch nur eine Raiders und ich komme nicht mehr vom Raider der Industrie weg, also frage ich mich schon wieder, wie mache ich da in dies jetzt, wahrscheinlich indem ich diesen MC-Shit weiterhin betreibe, ein wenig drauf wulpse oder doch schon wieder hier jetzt gerade Hilfe, und da hat er mir schon wieder zerstört, den gesamten Groove, der Rülpse halt, okay, dann wird es klar, natürlich auch geschickt, einfach nur schon wieder, weil ich euch natürlich nicht zerfick, sondern für mich jetzt sicher Lichter bin, wo ich Lichter sicher Licht klar finde und zwar schon wieder als Lichter, als irgendetwas anderes, okay, damit meinte ich natürlich nicht so dicht gerade, wie der Dichter ich gerade mal wieder bin, okay, natürlich nur auf Tabletten vom Arzt verschrieben oder doch von einer Ärztin, mal überlegen, mit wem wollte ich es mir jetzt zerscherzen, ach ja, der gesamten Industrie, also frage ich mich, wie mache ich dies, wahrscheinlich einfach nur indem ich Freestyle und natürlich auch hier gleich einen Kriegsschrei mehr lassen, weil ich einfach nur kein Fahrrad satt habe, sondern einfach bloß schon wieder hier jetzt wie der Betrag natürlich auch schon wieder statt mache oder doch nur schon wieder Grad lache und zwar darüber, weil ich euer Grad mal natürlich auch früher oder später zum Ätzel oder doch nur kleinen Häcksel, ach, wahrscheinlich werdet ihr es nie peilen, weil ich natürlich begann nur zu Freestylen, um die Industrie hier gleich natürlich auch schon wieder viel leicht mal wieder runter zu kriegen von ihrem hohen Thron, denn sie können nicht über jeden drohenden Menschen schon wieder irgendwie was bekämpfen oder habe ich das jetzt doch nur wieder eindämpfend gegeben, hm, kein Plan, Anti-Industrieller und deshalb gehe ich hier natürlich auch weiterhin ab wie Uri Geller, wie ein Magier, okay, dann kam ich gar nicht mehr klar und frage mich schon wieder, was geht denn in meinem Magen hier ab? Leider sind die Säfte schon wieder am Überkochen und ich kann kaum noch anders als sie gleich zu kotzen. Ciao, Genius Hardcore Freestyle.